Kanntet ihr den? Nein, kanntet ihr den. Das ist geil, ne? Gut, fand ich auch, dann wo es so steil runter ging. Ey, das war ein Mast. Wie alt bist du? Weiß ich nicht, hab ich vergessen. Sag doch mal. 56. Ich dachte, musst du da jetzt springen oder musst du dich da jetzt... Springen wir auch. Der ist total geil. Ja. Drei hässliche Typen unterwegs. Ja. Ein geiler Tüterwall. Ja, ja. Im dreckigen verregten Deutschland zurück aus Finale. Heute mit der Altherren-Banne unterwegs. Ja. Freu mich sehr. Ja. Zwei alte Säcke, eine Fernseh. Ja. Ja. Gucken wir mal, was uns so erwartet hier auf den nassen Trails, ne? Jo. Da trocknet alles ab. Ja, trocknet auch. Hinter uns. Perfekt. Wir fahren's trocken. Guck mal, was der mit uns heute rausgesucht hat. Herzlich willkommen in Deutschland. Herzlich willkommen zu sehen, Ronny. Nass und Wurzeln Wie hab ich das vermisst? Schön ausgespülter Ding hier Hütze Hütze Ressens kühlen hier meine Bremsen ab Hehehe So Geil, geil, geil 2 Meter länger und mir werden die Beine weggesagt Aber geil Geil war der Roni, kanntest du den? Den hatte ich ja Den neuen kennt er aber noch nicht Aber ich glaube jetzt Kannst du den auch Oder einen der wirklich so ähnlich ist Dauer Drei Stühle Drei Stühle und keine Treppe Für die alten Männer Ja so alt seid ihr auch noch nicht Oh Lebi Geil Er macht so, spannt ein bisschen an Ich sag, Ronanierst du auf den Zehenspitzen Ach so, dann ist er doch zu privat Dann ist er doch zu privat Meint er Ronanierst du auf den Zehenspitzen Geil Ja Ja Das ist aber länger als 5 Minuten Akkuschule auch Immer scheiße Hä? Geil Ja gut Aber der Boden ist Traum Hier Wir müssen hier rechts Sorry Oh das ist gut Ja du hättest außen rum fahren können Aber war auch schon länger nicht mehr hier Ja Out of control Alle da? Alle da? Ne wie er macht das? Geil Geiler Typ Geiler Typ Einfach mir folgern hier Lebi dran? Hammer! Da wollen wir ja keine Sorgen machen Geiler Typ Das ist schon ein schönes Ding wo du Fahrtkontrolle haben Geil Geil Also hinten beim Arsch querstehen und vorne einlenken Das ist einfach nur geil Das Ding war richtig geil Kurz ne? Leider alles hier in Deutschland Also mir kommt es leider sehr kurz gerade vor Ja da glaube ich, dass du das jetzt ganz anders siehst Geil Hier das meine ich Ist sehr rutschig Alle da? Ja Bist du? Ja ja Hab mir schon gedacht Was macht der da? Rudelbumsen oder was? Aber ich lache auch hier Wie scheiße die Kurve ne? Aber jetzt wird es besser Jetzt wird es besser wieder Das hier auch hier ganz Müsst du mal gucken Bin mal gespannt wie er es macht Oh ne Hier ist aber nicht zugetraut Hier ist aber nicht zugetraut Hier ist aber nicht zugetraut Weißt du was Problem jetzt gerade ist? Der Reifen ist so zu Du? Hä? Was machst du denn? Alles gut? Wolltest du gerade machen? Wolltest du gerade machen? Wolltest du gerade machen? Was ist mit euch? Ich bin mit am Hange für mich hier Ich komme auch nicht mehr rein Gerade hier Kein Flau Hier sind diese Hügel Einfach drüber fahren Macht voll Bock Geil, ne? Jawohl Nebi, wohin? Ich dachte, du machst es immer ein bisschen schwerer Aber geht auch hier Schön Schön Jetzt wird es wieder einfacher Wie geil oder? Geil Wo hast du sowas? Geil 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 links links ja ist neu jetzt hier kann das ja noch nicht, ne ronnie weiter runter ich bleibe oben du brauch hier nie nochmal hochfahren, nämlich nass machen lassen das ist nett muss selber nochmal gucken hier 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 ich würde den machen aber die landung die außen ist scheiße weil du wirst hier wirst du ins trudeln kommen und dann wirst du dich maulen ok ok sorry für die unterrichtung ach alles gut hammer trail so so have sie die das ging doch. ist schön. nicht zu viel versprochen. so ist das ende. das war gut. dann gehst du noch weiter, ne? ja. vorsicht, dann die fläche. achso. ja. ja wunderbar genau versuch mir mal genau meiner linie zu folgen ok ja genau da ist es ja ronni du fährst jetzt noch mal hoch glaubst ja wohl nicht also das habe ich noch nie hingekriegt aber ich arbeite dran ich war schon langsam, ich will schon langsam liefern kacke los also bitte schaltung wieder probleme ja das ist ja so ne kann man hier nicht dem alten Mann vorschicken und sich dann drücken ronni du bist live du bist live hier kannst du auch runter fahren sehe ich gerade ja sieht gut aus wunderbar ja danke mitsch hat riesengaudi gemacht ja vielen dank ja ja paar Stürze aber geil ich habe nichts gesehen ich habe nichts gesehen ne waren keine Stürze sorry total Anhalte Anhalte Taktik hat Spaß gemacht war ein Stürze bis zum nächsten mal auf jeden prächt